Nein. Ich habe das? Ich sehe. Ich habe schon viele ausgebildet. Potsplitz, danke, Herr. Mein Vater, er ist, ihr wisst schon, von uns gegangen, Herr, im Krieg gestorben. Ich hörte, äh, ich hörte davon. Mutter hat sich seitdem um mich gekümmert, ganz allein, Herr. Aber bald, bald werde ich ein erwachsener Mann sein. Und dann werde ich mich um sie kümmern. Sie kann sich glücklich schätzen, einen so tapferen Sohn zu haben. Dann versteht ihr jetzt, warum ich stärker werden muss, Herr. Ich muss meine Mutter beschützen und alle anderen im Dorf auch. Nach allem, was sie für mich getan haben, schulde ich ihr das. Auch ich stand einmal in der Pflicht, jemanden zu beschützen. Herr? Nichts, Junge, nur alte Erinnerungen. Übe fleißig weiter, dann wirst du bald ein starker Mann sein. Mach ich, Herr. Bye. Das kannst du auf der Webseite sehen, Murphy. www.lagunaxp.de Vielleicht sollte ich mich im Dorf umsehen. Yep. Auf Patrouille gehen. Okay. Und, oh fuck, was geht ab? Ah, Berg! Ich kann euch doch mit der Patrouille beauftragen, oder? Ich kann jetzt jeden zum Duell herausfordern. Das ist halt echt die Frage, sogar die Mädels hier, warum ich das sollte. Warum? Oh! Was ist passiert? Ja gut, das muss ich eigentlich nicht vorlesen, ne? Irgendwas ist passiert. Räuber, wir werden angegriffen! Herr! Räuber aus den Bergen! Nimm mal lang! Got to kill them all! Aber irgendwas ist doch hier. Aus den Bergen ist ja wohl oben rum. Aber, ich glaube ich save erstmal. Weil ich's kann. Obwohl, Murphy, ich muss sagen, die Webseite ist gerade nicht aktuell. Also, ja. Die muss die nächsten Tage mal so nächste Woche, Mitte nächster Woche mal drauf gucken. Da steht's dann. Ah! Ah, diese Drecking-Bauer nehmen sich ganz schön was raus. Wir sind in der Überzahl, umzickelt sie! Treibt ihnen eine Klinge in den Rücken, bevor der Hauptmann herausfindet, dass Schweinehirten uns aufgehalten haben. Macht was ihr wollt, ihr dreckigen Hunde! Das ist richtig. Aus uns, äh, aus uns kommt ihr, an uns kommt ihr nicht vorbei. Gutschlepp! Verdammt! Diese Schweinehirten wissen, wie man kämpft! Herr! Gute Arbeit, meine Herzen, gut abgewehrt! Aber jetzt übernehme ich! Und wer zum Teufel bist du wohl? Er ist ein dummer Narr, wenn er glaubt, dass er es mit uns aufnehmen kann. Hm. Oh. Hast also eine schicke Klinge, hm? Ich kenn' deines gleichen Heckenritter. Ich hab' schon viele von deiner Sorte erledigt. The hell? Ich sag' dir, der hier bedeutet Ärger. Indeed. Ihr habt beide recht. Ich bin nur ein gewöhnlicher Heckenritter mit keinem nennenswerten Namen. Wenn ihr aber Ärger haben wollt, dann könnt ihr ihn bekommen. Assholes. Halt's mal aus und schneid' ich dir die Zunge raus! Aye! Genug geschwafelt, spießen wir ihn auf! Achja? Oh, I won't fail. The victory shall be mine! Boom! Weak! There you go! Au! Boom! Oh, der lebt immer noch! Ich fass' es nicht! What the hell? Okay. Okay. Was zur Hölle? Stirb! Yes, einer weniger. Aber die hauen ganz schön rein. Hab' ich eigentlich auch... Heiltraube, anregende Pflaume. Heiltraube. Bam! Me Heilt! Boom! Okay! Was ist denn hiermit? Boom! Ah, jetzt ist sein Schild weg! Klar, natürlich! The battle is truly joined! Das ist scheiße! Alles klar! Jetzt hab' ich das Kampfsystem ein bisschen... ...drin. Boom! Jetzt ist nämlich seine Verteidigung weg. Und jetzt kann ich ihm voll in den Arsch treten. Oh, er lebt noch! Gott dammit! Immer noch! Nice! Oh! Heiltraube erhalten! Eine benutzt, eine erhalten! Perfekt! Du! Du weißt, wie wir die Klinge führen, ja! Aber wir sind hier noch nicht fertig. Das ist richtig. Wenn der Hauptmann davon hört, bist du ein toter Mann, hörst du! Das werden wir sehen, nicht wahr? Hilfe! Meine Junge! Lass mich los, du hässliche... Hä? Was? Oh! Ne! Oh, Berg! Herr! Sie... Sie haben... Philipp in ihrer Gewalt! Mein armer Philipp! Er wollte mich beschützen! Aber diese... Diese Tiere! Gott dammit! Vergebt mir, Herr! Es waren so viele und... Das tut jetzt nichts zur Sache! Wir müssen den Jungen retten! Das war der ohne Balls, ja! Endlich kennen wir... Jetzt hier einen Unterschlupf! Eine Höhle tief in den Bergen! Wahrscheinlich! Dann los! Weiß Gott, was sie ihm antun werden! Wartet! Aber Herr! Wir müssen etwas tun! Sie könnten den Jungen umbringen! Nein! Wenn ihr jetzt geht... Wer wird dann die Frauen und Kinder beschützen, wenn die Diebe zurückkehren? Nein! So würdet ihr ihnen nur in die Hände spielen! Gute Güte! Gibt es denn nicht, was wir tun können, Herr! Ich sehe! Ich werde den Jungen zurückholen! Alleine? Aber Herr! Selbst ihr! Ihr bleibt und bewacht das Dorf! Zumindest bis ihr sicher seid, dass sie nicht zurückkommen! Vorsteher! Ihr seid die einzige Hoffnung für den Jungen! Für uns! Schafft ihr das? Obi-Wan Kenobi! Die Sache ist so gut wie erledigt! Bitte, Herr! Bringt ihn wohlbehalten zurück! Ich gebe euch mein Wort! Ich gebe euch mein Wort! Da kann ich jetzt immer noch nicht hin, ne? Das ist wohl nicht der Weg, den ich jetzt einschlagen sollte! Was ist Glück, habe ich schon zweimal gespeichert, aber ich mache es gerne nochmal! Yes! Ah, Berg, Sir! Herr! Die Räuber halten sich in jener Höhle versteckt! Ist gewiss sehr gefährlich, Herr! Bereitet euch gut vor, bevor ihr aufbricht! Okay, cool! Dann gucken wir mal! Im Besitz Eisenschwert haben wir nicht Heiltrauben Waffen! So, Eisenschwert, Kriegssperr, wir haben obskures Messer! Also, Waffen wären natürlich immer gut! Ja! 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 Okay! Hat er ausgerüstet! Und das können wir uns zwar auch noch leisten, aber vielleicht auch noch ein bisschen was schutztechnisches rund der Schild! Yes! Yes! So wie es aussieht, können wir unser Team sogar vergrößern! Bronze Helm oder Robuster Helm? Bronze Helm, was anderes können wir uns nicht leisten! Ja! Und ja! Gut! Dir auch, hoffe ich! So, Rüstung und Schmuh können wir uns jetzt alles nicht mehr leisten! Tröstender Samen! Ist natürlich interesting to know, was das bringt! Aber Heiltrauben! Was denn die anregende Pflaumen? FP! Fertigkeitspunkte! Schreikraut! Gut! Wir gehen mal nur auf Heiltrauben! 150! Jo! Vier Stück nehmen wir noch mit! Und dann können wir los! Weil er meinte, wir sollen uns vorbereiten! Das haben wir jetzt getan! Can, can do! Berg! Sir! Äh! Berg! Herr! Bitte rettet den armen Philipp! Den armen Sack! Gut! Machen wir! Gefahrenstufe 1! Super! Direkt nochmal speichern! Alles klar! Weil wir es können! Besser ist das! Joi! Hier ist schon mal eine Kiste! Heiltraube! Supi! Da hast du Speicherpunkt! Aber so richtig bringt die Karte da auch nichts, ne? Bin mir nicht sicher! Na guck mal, da ist noch eine Kiste! Äh! Fuck! Was zum Fick bist du? Ihr habt euren Feind im falschen Moment überrascht! Boom! Das Kampfsystem ist awesome! Geht voll ab! Und Level Up! Das auch! Stufe 3! Not bad! Gut, hier ist noch eine Kiste! Anregende Pflaume! Okay! Da... Ist nischt! Ne, da waren wir nämlich eben... Fuck! Das war keine Schwäche! Super! So ein Schmuh! Jetzt dann! Oh! Gebrochen! Bam! So muss das! Ja ne, da waren wir eben! Okay, cool! Dann gehen wir jetzt... da lang! Noch ne Kiste! Open! Lichtseelenstein! Der von Diablo das! Nein, natürlich nicht! Ah! Was zum Henker bist du? Ja! Okay, das ist ne Weakness, aber... Das nicht! Okay! Boom! Leck! Der Kampf ist echt übel, ne! Nothing! Okay! Okay! Let's fight with honor! The battle is true! With honor and so, ne! The battle... Out of my way! The battle is true! Ha! With each battle, I grow stronger! The battle is true! The battle is true! The battle is true! That was love, man! The battle is true! In the beginning, I pray! It's a great way! It's a great day!